Wohin gehst du? Ich weiß nicht. Wohin gehst du? Ich gehe geradeaus. Und was machst du dann? Das weiß ich nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt Sinn. Du tust etwas ohne zu wissen warum. Das macht keinen Sinn. Das macht Sinn. Dann begleite ich dich. Das freut mich. Dann lass uns gehen. Wir gehen bereits. Aber wir stehen doch. Das stimmt nicht. Meine Beine bewegen sich nicht. Ich bewege mich nicht. Das stimmt nicht. Du willst geradeaus gehen, aber du stehst. Ich gehe geradeaus. Mit ihr, mit ihm und mit dir. Ohne zu laufen. Ohne zu laufen. Und wo werden wir ankommen? Das weiß ich nicht. Und wann werden wir ankommen? Nie. Ich gehe gerne mit dir. Das freut mich. Und irgendwann werde ich mein eigenes Geradeaus finden. Das weiß ich. Ja. Und vielleicht werden sich dann unsere Geraden kratzen. Pogetig. Bestimmt. Das werden wir sehen. Das können wir beeinflussen. So gut, Hina. Dann bleiben wir hoffen. Dann lass uns öffnen. Dимal. B hope schon. Verruf.